Hallo, liebe Deutschlernende! Gestern habe ich ein bisschen über die Authentic German Learning Academy geredet und heute möchte ich dich nur kurz darauf hinweisen, dass dadurch, dass die Akademie jetzt größer geworden ist und dass es jetzt sehr viele Kurse gibt und sehr viel Material, dass ich jetzt die Gebühr ein kleines bisschen erhöhen werde, um mehr wieder zu spiegeln, wie wertvoll die Akademie ist. Also diese Woche kannst du der Akademie beitreten und du brauchst nur 10 Euro im Monat zu investieren. Eigentlich ist die Akademie 30 Euro im Monat wert. Unter uns eigentlich ist sie 50 oder 90 Euro im Monat wert, weil du wirklich sehr viel Deutsch lernen wirst und andere Kurse kosten Hunderte von Euros. Also ich habe Kurse gesehen, die bis zu 600, 700, 800 Euro kosten, aber ich möchte dir die Akademie viel weniger anbieten, damit du vielleicht, wenn dein Geldbeutel nicht so groß ist, es noch dir leisten kannst. Aber diese Woche brauchst du wirklich nur 10 Euro im Monat zu investieren. Und wenn du dich diese Woche dazu entscheidest, dann bleibt dieser Beitrag erhalten. Das ist praktisch fest. Du brauchst nur jeden Monat 10 Euro zu investieren. Wenn du wartest bis nächste Woche, dann musst du 30 Euro im Monat investieren. Okay? Aber unter uns die Deutschlern-Akademie ist bis zu 90 Euro im Monat wert, weil du wirklich sehr viel und sehr effektiv lernen wirst. Und du wirst auch ein paar Dinge lernen, die dir außerhalb des Deutschlernens behilflich sein werden. Zum Beispiel mein Kurs über Zeitmanagement. Stell dir vor, du wirst so viel Zeit sparen, wenn du die Tipps aus diesem Kurs befolgst. Also nochmal diese Woche 10 Euro im Monat. Und das bleibt auch so, wenn du dich diese Woche dazu entscheidest. Und ansonsten 30 Euro im Monat, was noch sehr vernünftig ist dafür, was du alles in der Akademie bekommst. Und wenn du jetzt bereit bist, der Akademie beizutreten, wenn du zu den Leuten gehörst, die wirklich etwas Besseres haben wollen, wenn du nicht zufrieden damit bist, mit den Fortschritten, die du zurzeit machst, wenn du wirklich enorme Fortschritte machen möchtest, wenn du bereit bist für das nächste Level, dann besuche join-german-club.com. Es ist für die Leute, die auch mehr vom Leben wollen, die auch effektiver in ihrem Leben sein wollen, die hohe Ziele haben und wirklich ein schönes Leben leben wollen. Deswegen mache ich zum Beispiel den Zeit-Management-Kurs. Er liegt mir sehr am Herzen, weil es dir viel Zeit sparen wird, sodass du mehr Zeit hast, um andere Dinge zu tun. Damit du Zeit hast zum Beispiel auch, so wie ich, hier ein bisschen Zeit in der Natur zu verbringen. Zeit-Management macht es möglich unter anderem. Zielsetzung, darüber wird es auch einen Kurs geben. Selbstbewusstsein und all sowas. Diese Kurse machen mir am meisten Spaß und ich bin mir sicher, dir auch. Das ist es, was dich in der Authentic German Learning Akademie erwartet. Also, ich sage damit Tschüss, join-german-club.com. Und ich mache wirklich dieses Video, weil es mir sehr am Herzen liegt, dass du auch effektiv lernst. Okay? Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dort. Ciao!